Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, ich habe euch ja vor kurzem erzählt, was der neue Plan bei Leo ist. Oder besser gesagt, im letzten Video. Ich bin ja mal am Vorproduzieren, am liebsten an einem Tag. Und ich habe euch ja jetzt erzählt, was gerade der neue Plan ist und wie wir jetzt gerade neu umräumen. Aber ich habe euch gar nicht erzählt, was gerade die neuen Änderungen sind im Zimmer. Weil im Moment hat sich auch wieder etwas Kleines verändert, aber es hat sich verändert. Also, letztes Mal, als ich wieder so weit auf dem Damm war, habe ich unter sehr viel Mühe und Aufwand endlich mal mein Kabelmanagement bei meinem Fernseher erledigt. Und habe vor allem, was noch viel wichtiger ist, meine Magenta-Box endlich mal aktiviert. Ich habe mir vor kurzem Magenta geholt und hatte dann aber ein Drama. Und ja, das war, das ist es auch, also die Geschichte, die zur Magenta-Box, die werdet ihr, werdet ihr vorher sehen. Ich werde es aber nachher aufnehmen. Das ist ein bisschen, das, mir ist gerade eingefallen, das ist eigentlich eine ganz, das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Die könnte ich auch mal noch erzählen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann meine Magenta-Box auch noch eingerichtet. Und ja, die ist sehr intuitiv. Und ich reise null. Also, ich muss zugeben, im Moment, Stand heute, ist mir diese Box noch etwas zu kompliziert. Und ja, aber ich habe die jetzt mal angeschlossen, weil mein Fernseher kann ja leider Gottes kein normales Fernsehen entfangen. Noch nicht, aber das ändert sich dann auch, weil unser Fernsehtechniker bringt mir die nächsten Wochen irgendwann ein 20 Meter Fernsehkabel. Und das Kabel wird dann diese Wand entlang, dann kommt es diese Wand entlang, dann wird unten an meiner Zimmertür, die ich jetzt habe, kommt ein Loch, das ungefähr, ja doch so groß, vielleicht auch so groß, also so, 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 ja, so, also so handgroß ist, wird da reingeworbt. Und durch dieses Loch wird dann mein LAN-Kabel, weil ich habe meinen, ähm, meinen Verteiler fürs Internet, der ist in meinem Zimmer und der bleibt da auch. Weil mein persönlicher Technik-Lehrmeister hat mir gesagt, es macht keinen Sinn, wenn ich dieses, wenn ich den, ähm, den Swifter, so heißt das Teil zum Verteilen vom Internet, wenn ich den da abbaue und, ähm, dann hier aufbaue, also nur, damit ich dann nur hier in diesem Zimmer Internet habe, wenn ich dann vielleicht dort drüben auch Internet haben will. Ja, man weiß oft vor mir, was, was bei mir elektroniktechnisch ansteht. Also, es ist faszinierend. Er hat mir schon sehr oft, ähm, hat er gesagt, mach das und das lieber nicht, weil du wirst dann. Und wenn ich es dann nicht gemacht habe, war ich dann ein paar Monate später so froh, dass ich es nicht gemacht hatte, weil ich dann tatsächlich in diese Lage gekommen bin, die er mir beschrieben hat. Ja, auf jeden Fall, ähm, habe ich dann, also das mit dem Swifter, habe ich ja dann, wie gesagt, ähm, habe ich dann umgeplant und hab dann gesagt, ich, erst wollte ich ein Loch durch die Wand bohren, aber die ist so schön und so wunderbar. Und dann habe ich so zu meiner Mama gesagt, ich baue lieber ein Loch durch diese blöde Türe, die ist so hässlich, die ist so, 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 beige. Oder wie, ich weiß nicht mehr, was das für Ton ist. Und, ja, da bauen wir lieber da ein Loch durch, damit wir dann sozusagen, ähm, unterm Schrank, unterm großen weißen, die Kabel hinterm weißen Schrank durch und dann hier nur so ein kleines Stück, wo ich dann abdichten muss, gegen, ähm, Hasenklappereien, dass ich dann da sozusagen mein LAN-Kabel und dann auch neu geplant das Fernsehkabel dann durchlaufen lasse. Ähm, das LAN-Kabel, also, das Fernsehkabel, wie gesagt, kommt dann da durch. Dann kommt es unter dem weißen Schrank durch. Dann muss es, ähm, an der Tür ein Stück vorbei. Ist so ein ungefähr so breites Stück. Dann wird es hinter meinem Kleiderschrank durchlaufen. Ich habe gerade ein kleines Systemproblem entdeckt. Wenn ich dieses Fernsehkabel nämlich erst bekomme, wenn der Schrank schon steht, wird es schwieriger, das Kabel da hinten durchzuführen. Ähm, das sollte ich mit meiner Mama besprechen, zwar alttrüglich. Ja, ähm, dann wird es hinter meinem jetzigen Schreibtisch entlanglaufen. Dann hinter dem, hinter dem Bett, das in meinem Zimmer ist. Dann kommt da ja noch ein bisschen Geraffel und dann kommt es in die Fernsehbüchse direkt rein. Und wird hier dann mit dem anderen Kabel zusammengesteckt. Und dann hoffe ich, dass der Fernseher dann im Fernsehen hat. Ja, und das Internetkabel, ähm, ja, macht praktisch, äh, bis auf, dass es dann nicht hinter dem Bett und zum Fernseher muss, den selben Weg. Oh, es nervt mich jetzt gerade ein bisschen, dass mir diese Erkenntnis als Schatz kommt. Naja. Ähm. Gut, kann ich jetzt gerade nichts machen, muss ich warten. Ja, auf jeden Fall, ähm, ist das dann noch so der Plan dafür. Und ich hoffe, also hier hinten, hier ist volles Kabelchaos, aber im Moment, Stand jetzt, ist das völlig egal, weil ich da ja die Türme davor stellen möchte. Und wenn die Türme dann da stehen, kommt da Leo auch nicht hin. Und dann ist ja dieser Sessel hier, auf dem ich jetzt gerade auch so schön bequem sitze. Und hinter dem kann ich ja alles durchlaufen lassen. Und ja. Als einzige, was noch fraglich ist, ist, wo ich diesen, wo ich dieses Tischchen hier hin tue. Weil da habe ich jetzt gerade keinen direkten Plan dafür. Aber für alle die Kabelgeschichten, die noch nicht sind, habe ich dieses wunderbare Isolierungskabel-Material-Dings. Und, ähm, oh, ups, ich sollte ein bisschen feiner abschneiden beim nächsten Mal. Das zieht sich ja ultra auf. Ähm, auf jeden Fall kann man da dann die Kabel reinstecken, kann die dann, dann kann man da sozusagen, sind die dann sicher. Ja, und da kann man der Hase nicht so schön einleißen. Hm, ach so toll, sicher sind die auch nicht, fällt mir gerade auf. Hm, doch, später zurück. Super. Habe ich gerade wirklich auch nur Kabel rumgefissen? Oh, laufender Kamera. Ach, manchmal bin ich echt verpeilt. Na ja, auf jeden Fall ist das dann die Lösung für die Offen, die Stellen, wo mehr oder weniger der Hase dann noch ans Kabel kommen können würde. Und ja, dadurch kam, da habe ich nämlich, ähm, zwei Stück davon gekauft. Kaufe aber, glaube ich, tatsächlich nochmal eins. Einfach nur zur Sicherheit und das Bauchgefühl, dass es nicht schaden kann, dass ich da dann das habe. Und auf der anderen Seite ist es auch nur so, dass die Dinger, sie sind hitzebeständigt bis zu einer gewissen Gradzahl und ja, schützen einfach auch das Kabel vor Verwitterung. Ja, gut. Das war alles, was ich euch zu, was es Neues gibt und was noch geplant ist, so mit Kabeln und so erzählen kann. Ja, ich hoffe, dass das dann, wenn es dann alles so weit liegt, dass dann auch alles funktioniert und ja, ich bin mal gespannt. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so riesen Umbauten hattet, weil das Einzige, woran ich nie gedacht habe, war an die ganzen Kabelgeschichten. Also, ich habe so grob im Kopf Kabelmanagement im Kopf rumgedeigt, aber daran gedacht habe ich nicht wirklich. Ja, ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.red.art.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.